Guten Tag, heutiges Thema Playback-Version. Doch bevor es losgeht, zeige ich euch mal was Cooles. Ihr habt nämlich das Sennheiser Profile USB-C Mikrofon an das iPhone angeschlossen. Hier USB-C. Ihr nehmt es auf. Juhu. Also ich lasse natürlich Video laufen. Man könnte aber auch genauso die Sprachmemo-Funktion benutzen. Also wollte ich euch nochmal zeigen, dass das richtig cool funktioniert. Okay, jetzt lege ich das weg und dann geht's los. Was sind Playback-Versionen? Playback-Versionen sind im Grunde genommen Karaoke-Versionen, also sprich die Musik ohne Gesang. Und warum es meiner Meinung nach wichtig ist, von Songs Playback-Versionen zu machen, also sprich ohne Gesang, erkläre ich euch. Es kommt sehr oft vor, dass Titel mehrfach verwendet werden. Man möchte zum Beispiel eine andere Sängerin oder einen anderen Sänger den Song singen lassen. Oder ein Titel wird so erfolgreich, dass ihr damit zu einer Fernsehshow eingeladen werdet und dann ein Playback braucht, um dann dazu zu singen, so wie Anka und ich das im Stadion gemacht haben. Oder jemand hat einen anderen Text geschrieben zu deinem Song, dann muss er ja auch neu eingesungen werden. Für solche Zwecke und viel mehr ist es immer ratsam, ein Playback zu haben. Und wenn ihr eh schon dabei seid, den Song zu mischen und zu mastern, könnt ihr auch gleich eine Version ohne Gesang machen. Das ist nämlich nur ein Handgriff. Natürlich kann man auch eine KI bemühen, also inzwischen ist es sogar schon in Logic mit implantiert. Dann kann man den Gesang rausrechnen, aber das geht nicht ganz ohne Qualitätsverluste. Also Tipp von mir, wenn ihr eh schon dabei seid, eure Songs zu produzieren, macht gleich Playback-Versionen und im Idealfall auch gleich Stamps, also sprich die einzelnen Instrumentengruppen, zum Beispiel für einen Remix. Ich hoffe, dieser Tipp hat euch gefallen. Abonniert mich, macht mich reich und berühmt. Und zu guter Letzt, seid bitte lieb zueinander. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Bis dann. Ciao. Ciao.